hallo und herzlich willkommen zurück bei oxygen not included wenn ich das aber richtig sehe, gehen uns weniger teile drauf, also das abschalten hat vielleicht doch was gebracht, ah der filter arbeitet jetzt schon, cool sehr fein, sehr fein, das heißt wir können diese leitung herunter fertig bauen wie viel prozent stress 77 probieren wir es, sagen wir mal die leitung auf 7 und danach bauen wir unten noch die erdeodorizer auf dann können wir das oben abbauen ich weiß noch nicht, was ich da probiere, ob ich die auseinandersetzen müsste ich meine, ich könnte es probieren, was soll schlimmstenfalls passieren, dass ich es unnötig umgebaut habe wenn ich nämlich dann einfach sage, ich mache den generator hier den zweiten wie heiß ist das denn hier, warte mal, nein nein nein, mach mal das anders den generator würde ich gerne ich meine, es ist ja im prinzip egal moment wie warm ist denn das zeug hier 41, aber normalerweise, man hat ja nur was zu mehr, man macht die gar nicht so kühl oder? ich habe Gas, da war doch, da habe ich sowieso nur das zeug drinnen, da nicht wir haben einen Regulator, coolste Gaspipe okay, das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit das haben wir aber noch nicht entwickelt, das kommt jetzt dann erst genau, etwas, was Hitze abgibt, etwas, was das Wasser wärmt und etwas, was das Gras kühlt okay, das könnten wir dann noch ausprobieren wie weit ist die Forschung? immer noch nicht weiter, das heißt wir tun wahrscheinlich einfach gar nichts da unten da gehen wir den mal auf sieben und den auch auf sieben Essen haben wir, immerhin braucht noch irgendwer die Bank Bani, Gosman der Bani, liegt die drauf, oder? ja der liegt noch immer drauf Nikola ah, dann können wir da Nikola auch mal ein bisschen durchgewalkt werden ah, die da waren sie aber jetzt schnell und wenn ich dann sage, baut sie mir das fertig und das fertig und das fertig und das fertig ich bin gespannt, ob das auch so schnell geht da ist der Fisch jetzt, okay den müssen sie wegmachen ja, ich nehme an, die gehen ihn jetzt mal schnell killen sehr gut sehr gut sehr gut Das bauen sie jetzt einmal. Sehr gut. Jetzt können sie erst einmal schlafen. Lassen sie schlafen. Ja, ihr da oben, ihr könnt mich gerne haben. Irgendwann hole ich euch auch noch raus. Schaut eigentlich nicht ganz gut aus. Zitrogen müsste man halt noch wegkriegen. Zitrogen müsste man halt noch wegkriegen. 3 auf 56, das ist okay. Die bekommen dann, wenn es fertig sind, die Priorität 6. Genau. Na komm, mach fertig, damit ich loslassen kann. Dankeschön. Du bekommst hier hinein Filtration Medium und kriegst auch Priorität 6. Dann macht schon bitte noch hier diesen Gaskörper fertig, damit ich da Platz habe dafür. Und dann kann ich oben anfangen abzubauen. Ich brauche dazu die Gaspipe, die ich dann sagen kann, Deconstruct. Die Gaspump ist selbst, können wir sagen, dass... Okay, das ist schon weg. Sehr gut. Deconstruct. 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 Gaspipes, hier und hier, hier, und dann dem Wind auch noch die Construct. Genau. Dem können wir jetzt eigentlich dann auch mal eine höhere Primo geben, damit sie es wirklich ab- und weggeben. Aber da brauchen wir es ja nicht mehr. Damit haben wir zwar jetzt einen unnötigen Bogen drin, aber das ist mir egal. So. So. Damit hält man hier alles weg. Und wir hätten es dann auch unten verlegt, so. Da kommt schon was, genau. Mhm, das geht weiter. Okay. Was haben wir da jetzt eingestellt? Oh, ich bin ja doof. Hm. Egal, jetzt kommt es hin. So. Wäre es nur schön, wenn ihr die noch aktiviert. Genau. Ganz genau. Die Flüssigkeit kann durch, das passt. So, und jetzt aktiviert bitte noch die anderen. Gasüberdruck. Daran... ...hab ich natürlich nicht gedacht. ...hab ich wirklich nicht... ...hab ich nicht mehr. Ich habe einen Gasüberdruck irgendwie weg. Wieso haben wir da keinen? Doch, Hammer. Weil der... Der macht ja nichts mehr im Prinzip. Wie haben wir... Was haben wir denn da? Ja, es pollutet Oxygen, brauche ich nicht absaugen. Lassen wir die da unten mal ein bisschen arbeiten. Und zwar großflächiger. Ist jetzt vielleicht etwas übertrieben? Lachen wir gleich sehen. Wenn ich da einen Sauerstoff zusammenkriege, dann könnte ich den ja da weiterleiten. Machen wir es kurzfristig mal so. Nur damit sie es füllen. Wo haben wir eigentlich organisches Zeug? Das haben wir doch da drinnen, oder? Organik. Genau. Und da, glaube ich, auch. Ja. Ah, da ist eine Forschung fertig worden. Ich kann jetzt die Textil-Fabrik und ich kann den Thermoregulator. Genau. Was ist da dazu kommen? Wirebridge, glaube ich, oder? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Schauen wir nach. Thermoswitch. Genau. Die Sachen. Jetzt kommt eigentlich nur noch das. Dann können wir die Forschung abbauen. Mehr gibt es noch nicht. So. Wenn ihr damit fertig seid, geben wir da wieder gemeinschaftlich eine 6 drauf. Und dann schauen wir mal, was diese Batterie an Geräten ausmacht. Genau. Genau, da wandert das Glas noch. Wie soll man ich da? Aber was genau, habe ich mir da aber gedacht? Ähm, ähm, ähm. Ja, dass da das Wasser noch runterrinnen kann. Genau. Da kann es von mir aus ja auch runterkommen. Das heißt aber auch, ich hätte dann hier gerne einen Durchlass an Gas. Wenigstens so. Diese Leiter hier brauche ich dann im Prinzip irgendwann nicht mehr. Gasüberdruck, ja. Was? Mhm. Sie schlafen schon wieder. Kann das sein? Ja. Das ist doch so nett und aktiviert die mal alle. Genau. Und so machen wir jetzt aus Polluted Oxygen den normalen Sauerstoff. Genau. Also reinigen wir praktisch den Sauerstoff ein bisschen. Ja, super. Okay, der Sauerstoff geht jetzt nach unten. Also, warte. Ich habe gesagt, ich möchte noch was ausprobieren. Nämlich da oben. Ich habe jetzt doch das Teil, dass mir das Gas füllen kann. Das ist aber wahrscheinlich hier drinnen. Coolste Gas Pipes. Genau. Hm. Wie groß ist denn das Ding? 2 mal 2. Das ist, wenn ich den hier baue. Wo wiesn der dann Gaspibs hinhaben? Da hinein. Da hinaus. Okay. Hm. Die Frage. Wenn man nochmal umbauen dort das Ganze, das wäre Quatsch. Also werden wir einfach sagen, Graspib hier und hier bauen wir mal ab. und dann schauen wir mal, ob das unserem Generator hilft. Dann brauchen wir auch noch. Da bräuchten Stromleiter. So. So. Dann würde ich normales Kabel bauen. Muss ich mal merken, dass ich das nur auswechseln muss. So. So. Da haben wir jetzt schön mit Sauerstoff geflutet. Genau. Das sieht eigentlich sehr gut aus. Ist auch das, was ich mir vorgestellt habe. Okay. Okay. Da haben das Max. Der Druck ist auch weg, oder wie? Das geht nicht mehr. Hä? Schaut sehr gut aus. Wie weit sind sie da oben? Bald fertig hoffentlich. Was verrät. Ich brauche aber... Oh, da sind sie fertig. Da können wir ihnen wieder zwei Reihen in Auftrag geben. Oder machen wir drei. Ja, dann bau dich ab, wenn du hier nichts mehr drin hast. Sehr gut. Und dann schauen wir uns das an. Hier hat das Gas 41 Grad. Das sehen wir es nachher. Oh, ich habe mir gedacht, du bist jetzt fertig. Anno. Mach weiter. Könnte da bitte einer fertig bauen kommen? Ah, da kommt einer. Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal. Ich halte die Stromkabeln nicht aus. Also gut, die normalen Stromkabeln sind zwar nett, aber nicht mehr zu gebrauchen. Ich brauche... Ich brauche... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Mineral... Metall... Da hätt ich eins. Ähm... nehmt es bitte mal vor weil ihr ausgeschlafen seid Dankeschön Heavywire das hier in Priorität 9 sonst wird das nie was da Na kommt, bitte repariert das hier hat das Gas 28 Grad okay Hydrogen mit 42 Grad Hydrogen mit 28 Grad Schauen wir mal ob der Generator damit jetzt besser klar kommt aber dann lag es vielleicht wirklich an der Temperatur an 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 an